Harry Potter und die Karte der Rumtreiber. In Teil 3 der Geschichte des Jungen mit der Blitznarbe schenkten Fred und George Weasley Harry die Karte. Ein mega cooles Objekt, du kannst in Hogwarts jede Person beobachten, wo sie sich gerade auffällt. Doch genau dieses Objekt wurde J.K. Rowling, der Autorin der Harry Potter Bücher, später zu einem Verhängnis. Ihr fiel es deutlich schwerer, die Geschichte zu schreiben, da die Karte Harry zu viele Informationen gab. Auch sagte sie einmal, dass sie sich wünsche, Harry würde die Karte in späteren Büchern für immer verlieren. Irgendwie verständlich, wie willst du eine spannende Schlacht um Hogwarts schreiben mit der Karte der Rumtreiber? Folg mir mehr Harry Potter Videos.